So, da ist der Eikki wieder, ähm, weiter geht's, wir müssen zum C, ähm, kommen wir von hier aus aber nicht hin. Ich will keine Hotdog kaufen, ich heb mein Geld auf, ich bin ein sparsamer Penner. Ah, ich brauche unbedingt Lebensenergie. Hier, hier schon wieder, guckt's euch an, die fühlen sich groß. Ich schweine back nach. Ich kann mal sehen, wie viel Respektpunkte ich hab. So viele können's ja nicht sein. Du, 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 komm ich hier hoch, komm ich hier hoch? Nein. Nein. Vater sagte, dass du wirklich helfen hast, Frau Popo. War sie schön? Ich meine, wie... Du möchtest Mädchen mit einer großen Böden und Fertig? Oder du möchtest Mädchen mit unseren Mädchen? Vielleicht ein bisschen auf der Ferse? Trixie! Trixie! Begge dein Gesicht! Es wird viel Zeit, um zu reden, nachdem wir fertig sind mit dem Planen. Ich will keine Ratte haben. Dieser User. Es kann sich ziemlich entschuldig sein hier. Nach dem Planen, dann. Wir haben jetzt einen Weg in. Aber wir brauchen immer noch einen Weg raus, für Eval-Way-Personnel, auf der Maschine. Okay. Die Rache des Hotdog-Mannes. Okay. Ich hoffe, für mich springen ein paar Hotdogs dabei raus. Ich suche immer noch Aluminium. um... Wow! Wow! Karl hält die Klappe. Oh, nice! Oh, ich hab doch den Skill verbesserten Loot. Oh, wow! Ich hab einfach nur ne fucking Heizung bekommen. Karl! Mit dir bin ich schneller unterwegs. Komm da raus! Da nicht! Dann bleibst du bei den Ratten, ne? Ach, da ist er auf einmal. So, ein Hotdog-Mannes. Wer könnte, wenn wir sehen, dass das unser nächstes Ziel wäre? Ich glaube, die Rache chose ihn einfach um mich zu schrauben. Sie wollen mich zu schrauben. Sie wollen mich zu schrauben, mit der Promete zu schrauben, lieblichen Weenies. Sie wissen, dass ich nicht essen kann, richtig? Warum machen sie das zu mir? Ich glaube, da war ich sogar schon. Hier oben war ich tatsächlich, glaube ich, auch schon. Ah, ne, hier war ich noch nicht. Hier gibt's noch einen Blueprint. Nice! Och, das ist so ein Abgefuckter mit Schild. Stopp! Täubchen! Du bist dran! Bam! Ich liebe mein Täubchen! Danke dir, mein Täubchen! So, wo war der Blutprinz? Ah, meine Tauben, die sind der Hammer, Alter. Drei Stück nur noch! Holy! Wo? Na komm, wir retten erst mal den da. Däubchen! Schön, dass ihr eure eigenen Freunde abschießt. Was ist denn los, mein Ninja-Täubchen, hä? Flieg! Flieg! Da ist eine Feder! Oh, nein! Oh, leck mich doch, nein! Oh, komm! Soll ich denn an die Feder kommen? Was soll denn das? Oh, da drüben ist schon wieder Action, Action! Ich liebe mein Täubchen! Ich liebe mein Täubchen! Du, 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 du! 2,86 für nen Snack, willst du mich verarschen? Was soll das denn? Das ist ja nicht gerade günstig, ey! Ey, ich muss mal ehrlich sein, wenn ich so rumrennen würde, dann hätte ich auch keine Freunde mehr. Zwischen 10 Uhr morgens. Warte mal, wir haben PM, es ist Abend. Oh, scheiße. Können wir noch mal versuchen, an die Feder zu kommen. Ich brauche eine Feder, ich brauche die Feder, gibt's mir die Feder. Alter, 26 habe ich bekommen von dem. Holy shit, ist der spendabel. Okay. Nächste Feder. Kommt man hier hoch? Nö, schade. Schade, schade. Ja, wo könnten die letzten Blueprints sein? Guck mal, der Bauarbeiter hat doch Geld. Ey, Junge. Ich hoffe, das helpt. 1,83, ich wusste, dass du Geld hast. Ich hab ein Näschen dafür. Tö, 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 tö. Hier unten gab's nix. Nein, das ist zu sch- oder? Es sieht mir halt dunkel aus. Warum liegen jetzt hier so viele Leute rum? Wasch mich! Was ist mit deinem Arm los? Du rufst nicht die Polizei. Kannst du gleich mal vergessen, du Dulli. Das fällt aus. Jetzt laufen die halbnackt durch die Straßen. Joah, Strafe muss sein. Alter. Why? Lass den in Ruhe! Ha! You showed them! I'll tell the boys all about it! Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Alter. Warte mal. So. Oh, die haben sich lieb! Dreh dich mal! Naja. Hahaha. 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 Oh, holy, alter. Hahaha. Haben die gesagt, 10 und 3 Uhr, 10 und 4 Uhr. Hör. Da müsste es ja jetzt eigentlich wieder ne Zeit sein. Düh-du-düh-düh-düh-düh-düh-düh-düh-düh-düh. Hier kommen sie wieder. Guck an, die liegen gerne in der Nacht hier rum. Um 3 Uhr nachmittags. Hier, für diese verschämte Uhrzeit. Ich kann hier nicht mal irgendwie warten. Das ist auch so ein Ding wieder. Hier kann ich mich net hinsetzen. Hier kann ich nur Zigaretten looten. 3 Uhr nachmittags. Kaffee tut immer gut. Essen. So. Aber jetzt Hotdog man. Du weißt Bescheid. Sie finden Hotdog so lustig. At least buy one. Wait, we're not laughing. You're not one of them. Look at those rich pretentious bastards. They're roasting under the sun while I'm stuck here. Roasting buns and weenies for their pleasure. Roasting inside this ridiculous costume. Shh. You hear that? They're laughing again. Don't you? So why? Do you? Because I know. And I can promise you that soon, I'll be the one laughing. You can laugh that too, right? I can see it in your eyes. I say, let's get back at them. Help me make them regret. Take over my stinking weenie machine, while I stand here with this free hotdog sign. This should bring lots of customers. Be sure to get them exactly what they want. However, if someone dares to laugh at me, simply add some of my special sauce to their order. Priest up, I'm in. Uh, ketchup only, please. I have to show you something else. I have to show you something else. That's what I liked in the conversation. Look at you. Your life sucks. Okay, he gets special sauce. No sauce please. No sauce please. Hahaha. I love giveaways. Was passiert mit dem? Mustard only please. Eat the sauce. I want to know it. Hahaha. 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 This laughter, bro. This laughter, man. Hahaha. 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 Was passiert denn mit denen? Die haben so eine Spezialsoße drauf, ich will das wissen. Okay, Spezialsoße läuft immer darüber. Da haben wir alle Sechse gemacht. Toh, ich dachte irgendwas anderes passiert. So, okay. Hotdog, Mann. Scheiße, der ist weg. Ich wollte euch nämlich zeigen, dass sein Hotdog da unten aussah wie ein Penis. Ihr könnt die Folge gerne auf YouTube gucken. Und da seht ihr es, denn sein Hotdog sah aus wie ein Penis. Was soll man dazu sagen? Bei sowas würde ich dann aber auch nicht einkaufen gehen. Ich weiß, dass ich was trinken muss. Ich bin ja schon auf der Suche. Da ist wieder ein Hotdog Stand, aber der hat kein Bild drauf. Das ist komisch. Das ist Eiscreme. Da hinten war ein Hotdog. Da hinten war der Hotdog, Mann. Hotdog, Mann. Hotdog, Mann. Er gibt mir was zu trinken. Genau. Da. Die sehen aus wie ein Penis. Und das hinten sieht halt aus wie ein Poloch. Penis, Poloch. Penis, Poloch. Penis, Poloch. Bei sowas wird es halt auch nie einkaufen gehen. Wer weiß, was denn mir da alles draufballert. Das ist doch nicht gesund, wenn eine Wurst so aussieht. Das ist doch nicht gesund. Ähm, zwei oder drei Blueprints fehlen tatsächlich noch. Die hätte ich auch noch gerne. Toll, da habe ich wieder Damage bekommen. Hm. Wo könnten diese Blupen... Da oben ist noch eine Feder, sehe ich gerade. Wie komme ich denn da hoch? Von hier. Guuuut. Alter, hast du auch immer noch über 30 Federn. Ah, Mann, ey. Oh, ich bin falsch. Ey, wir laufen jetzt mal hier außen rum. Ähm, Kampf. Taubenfähigkeit am Glückszeit werden verkürzt. Erhöht die Chance beim Battle mehr Geld zu verdienen. Senkt die Preise in Läden. Stell zwei Mixturen aus einer einzelnen Setzutat her. Ja, okay. Erhöht die Menge der durch Ernte erlangten Alchemiezutaten. Immer wenn du eine hergestellte Mixture anwendest, besteht die Chance, dass sie nicht verbraucht wird. Und reduziert eingehend Schaden, wenn dieser geblockt wird. Jeder Schlag kann einen Feind potenziell umwerfen. Die Polizei hört schneller damit auf, dich zu suchen. Das ist halt nice. Das Knoblauch. Trotzdem fehlt mir noch ein fucking Blueprint. Den muss es doch irgendwo geben. Irgendwo. Irgendwo. Irgendwo im Nirgendwo. Aber wir gucken mal, was die Ratten weiter mit uns vorhaben. Du, 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 du. Du, du siehst sowas von seltsam aus. Du, genau so. Warte, ihr seid nur vier Ratten? Okay. Hey, wo ist Boss? Was? Okay, und was? Ähm, warte mal. Du wolltest von mich als Freund haben. Jetzt soll ich dich in einem Frachtcontainer treffen. Jetzt kriege ich aber so langsam es mit Angst zu tun. Aber so richtig wirklich. Ja doch. Die will an mir rumknabbern. Ich hab's. Die will an mir rumknabbern. Das Luder, da traut sich was. Äh, gab's hier oben zufälligerweise noch einen Blue Print? Nope. Nope. Und hier drin gab's ja auch keine, hier sind ja keine Bugs. Hier ist noch ein Zielschießen angesagt. Hier ist nur Zielschießen angesagt. Düt, 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 düt. Ich brauch mal noch was zu trinken. Dreckiger Latsch. stubbornlich ernsthaft. Äh, äh, düt, düt. Da. Fehler. Fehler! Zwei, drei Bluttrins noch. Die müssen noch zu finden sein. Hier hinten ist schon wieder jemand im Bedrängnis. Ist das unten oder oben? Das müsste oben sein. Da komme ich nicht so einfach hin. Und die Bullen machen halt einfach nichts. Hier wird mit Molotows geworfen und die Bullen machen nichts. Das ist ja wie im echten Leben. Das ist ja wie im echten Leben. Rhythmus geworfen. Rhythmus geworfen. Rhythmus geworfen und Pizzas. Und andere Stoff. Harris. Harrison Ford Ach komm Parkhaus war man ja schon Da waren wir ja zum Anfang schon Hier gab es ja diese Überdachung Ich frag mich halt immer noch Wie ich an Aluminium komme Oder muss man hier erst die Quests durch machen Damit man dann wirklich ganz in Ruhe frei bauen Und spielen kann So Und die Polenta hat wieder nichts gemacht Patterson Finance Da ist ein offener Container Den seh ich doch von Weitem schon Was willst du Alter was I named him Little Bro I have no idea what they did to him But he has hardcore munchies and never go away No matter how much food I stuff into him However, he grows bigger each time I feed him Now see this ship It's loaded with protein shakes Here is my awesome plan We steal the shakes and get my little bro juice Until he becomes my big bro Then we only need to transport the evil way machine to the roof top of their headquarters So big bro can swoop in and snatch it Oh You are right The plan isn't reasonable It's radical Let's roll I'll use this crane to bring you containers full of sweet sweet protein juice You stay down there And throw shakes at my little bro So he can snatch him midair You should worry though It won't be long before they lock down the crank controls And send the popo our way Wow Give me a lift using your awesome tornado skill to get started Ja Da brauche ich Aluminium Willst du mich verarschen? Was ist das für eine fette Taube, Alter? Holy crap Äh Nutze den Taubenstall Witzig Ich brauche erstmal Aluminium Und das Problem ist Ähm Ich habe kein Aluminium Kann ich das eventuell kaufen? Ich muss jetzt mal gucken Alles klar, das gönne ich mir Aber kaufen kann man bei dem tatsächlich nix Warte mal, wenn man bei dem was kaufen kann Da ist noch einer Da ist noch einer Da ist noch einer Haben wir den anderen O-Rezept kaufen? Boah, das wird jetzt babbarmäßig Das ist noch eine Pizzeria Das will ich nicht Da war ich schon Kostet zu viel Ich will noch was zu essen und zu trinken Wo ist das denn? Ach, hier waren wir zum Anfang Lol, okay Bei dem kannst du was kaufen Lol, ich kann in jedem Ding was kaufen Oh, scheiße Bullerei Ähm Nein, was mache ich denn? Ich habe jetzt noch 24 25 Mann, lass mich ruhig Ich habe dich noch aus Versehen geschlagen Hier oben ist er Der hat auch was Lol Äh, Map Okay, die zwei haben wir Den haben wir Wo ist noch einer? Da unten Ganz in der Nähe der Base Und hier scheint noch irgendwas zu sein Alter, was ist denn mit der Frau los? Warum hat die gekotzt? So, wo ist der fucking Blueprint? Oh, da war der hier hinten Und wir haben den schon Nee, kann nicht sein Alter, die kotzen hier was zurecht Ich glaube, den hatte ich schon geholt Eins, zwölf Naja Besser als nix Zerknüllte Hülle Normalerweise kriegt man doch Aluminium Wo kriegt man das her? Ist das Du siehst zwar dreckig aus Du hast aber Geld für mich Genau, sonst musst du mich waschen Hier Arschloch Äh, nein Nein Ach komm, hier Scheiß drauf Ich brauche nur Äh Was war das denn? Äh Geld Warte, ich wollte nur Den scheißen Müll einmal reingucken Ach du Scheiße Mein Geld geht wieder flöten Na Gut, haben wir den letzten jetzt auch gekauft Gut, haben wir den letzten jetzt auch gekauft Alter Hier Gut, haben wir den letzten jetzt auch gekauft Hier, gute Glück der schläft schon eine ganze weile gott xxx 24b wo wo also als obdachloser könnte man auch mal ein bisschen spaß haben die trauert um irgendjemanden so wie die aussieht ich habe tatsächlich lange nichts mehr zu trinken gefunden was los was ist los in dieser stadt was dicks ice cream okay die namen immer krieger ein bisschen flüssigkeit zu uns genommen aber wie komme ich verdammt noch mal an alu min sind alle noch da sehr schön ich zeig den machine brauche ich auch wieder aluminium hier brauche ich keramik wie verdammt noch mal kriege ich keramik wie verdammt noch mal kriege ich keramik ok ich brauche keramik äh gelbe pilze waren hier was macht denn der karl dort ich hinterfrags mal lieber nicht keramik 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 oh da war mal besoffen keramik geht sch 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 Ich brauche auch wieder Keramik. Hier brauche ich wieder Alu. Okay, irgendwo muss ich Keramik finden, tatsächlich. Aber wo? Ich kann jetzt nicht den ganzen Fluss ablaufen. Schön in den Arsch geschossen. Keramik macht man aus Clay. Clay ist immer am Wasser. Was ist das hier? Okay. Ach, Mann, Mann, Mann. Nee, kann man nicht einsammeln. Scheiße, wie komme ich an Clay? Oh, Leute, an den Wänden sind Rezepte gesprüht. Das sehe ich jetzt zum ersten Mal. So, hier beginnt die Alpha-Wand. Okay. Hier beginnt die Alpha-Wand. Passt mal auf, ihr hässlichen Vögel. Und der Bulle läuft da rum und macht nichts. Was ist das? Was ein Arsch. Hm. Keramik. Keramik. Ich brauche Keramik. Kann ich? Da oben ist eine Feder. Was ist denn da oben los? Wartet. Erstmal die Feder. Bumswill. Und aus dem Arsch kommt ein Feuerwerk. Alter, ernsthaft. Als hätte ich es nicht geahnt, dass hier hinten was ist. Okay, man kann auf den Schienen auch langlaufen. Zumindest hier hinten. Kann man da auch reingehen? Nee. Ist eine Kack-Alpha-Wand. Ich brauche halt immer noch Keramik. Ich weiß einfach nicht, wo ich das herholen soll. Was ist denn das hier? Alpha-Wand. Kann es sein, dass hier später irgendwann nochmal was hinkommt? Weil ist da noch genügend Platz und so. Das wäre auf jeden Fall nice. Das wäre ein niceer Move. Das wäre ein niceer Move. Ich wüsste halt auch ehrlich gesagt nicht, wie ich an Keramik komme. Ich wüsste halt auch ehrlich gesagt nicht, wie ich an Keramik komme. Ja, ja, ich muss was essen. Das ist mir schon bewusst. Aber Clay zu finden ist genauso wichtig. Okay, hier müsste ich irgendwie hochkommen. Ach, guck mal an. Das ist der Zirkus-Heini. Oh, hier war ich noch gar nicht drin. Cool. Cool, cool. Na gut. Ich werde den Stream jetzt aber hier erstmal beenden. Ich habe meine Zeit reingeholt. Jetzt bin ich verarscht. Ich kann bei dem... Moment. Das machen wir jetzt noch. Das machen wir jetzt noch. Bevor ich den Stream beende. Da haben wir die 20 Kröten. Äh. Wir können bei dem Keramik kaufen. Seit wann das? Ganz ehrlich, da gucke ich lieber für 20 jetzt die 10 Keramik und dann kann ich hier bauen. Hast du das drinnen? Ja. Gut, dann werde ich den Stream aber jetzt hier wirklich erst einmal beenden. Heute nach, da gibt es Star Wars Livestream oder Minecraft. Ich weiß ja nicht, wann ihr den Stream guckt. Aber ich hoffe, ihr schaltet ein. Und... Ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen und angenehmen Freitag. Bye. Untertitelung des ZDF, 2020